So, kann losgehen. Bezeihen Sie die Verspätung. Sie wollen in ein Hotel in Palan? Weiß schon Bescheid. Glück für Sie, dass Palan noch ein Hotel hat. Sehen Sie das Fluchten? Es ist wahrscheinlich das letzte, das die Fluchten anvermessen. Es ist voll auf der Raum. Nur Geld und Bindung kommt hier raus. Blöder Idiot. Niemand befolgt mir die Regeln. Ich habe Ihnen gesagt, dass das Flugzeug weg ist. Aber Sie glauben mir nicht. Alle glauben, die großen Maschinen kämen zurück. Ich habe Ihnen gesagt, dass das Flugzeug weg ist. Ich habe Ihnen gesagt, dass das Flugzeug weg ist. Es breitet sich aus wie ein Virus. Mein Bruder hatte einen schönen Bungalow mit Scheunen. Brei Rindler war ein reicher Mann. Ein Buschfeuer hat alles zerstört. Jetzt hat er das Land verlassen. Der kommt zurück. Hier ist Liberation Radio. Mit der Wahrheit für alle Wahrheitsliebenden. Die Wahrheit ist, dass euer Land euch braucht. Vorsicht vor der APR. Eine solche hat euer wundervolles Land im Griff. Die mögen den DJ nicht. Vielleicht liegt es an seiner Musik? Wo geht's hin? Mein Fahrgast, ich bringe ihn in die Stadt, ins Hotel. Woher? Vom Flughafen? Ja, Sir. Vom Flughafen. Meine Herren, sind Sie den ganzen Tag hier? Ich könnte Ihnen später kaltes Bier mitbringen. Wie wär's? Sie trinken doch Bier. Ja, Bier. Klar träumen wir Bier. Na, dann los. Ja, Sir. Danke, Sir. Bis dann, Sir. Ausländer. Nicht zu ungut, Sir, aber. Die sind Milizen. Sie kommen in unser Land und nehmen uns wirklich alles. Ziemlich viele Soldaten, aber die bleiben meistens unter sich. Einfach nicht beachten. Nur Jungs, die ein bisschen Dampf ablassen. Sie wissen ja, wie das ist. Alle versuchen nirgendwie aus dem Land zu kommen. Nur die Dummen bleiben. Die Dummen und Taxifahrer. Okay, Sir, wir sind da. Und, was ist Ihr Leben? Hey, geht's Ihnen gut? Sie sehen müde aus. Das war ein langer... Die Präsenz der Zielperson im Staat wird weitermachen. Er ist weiterhin destabilisierend. Er ist hauptverantwortlich für die derzeit steigende Waffeneinfur. Eine klare Verletzung des gemeinsamen Rahmenvertrags. Sein Ruf als gefälliger Waffenhändler besteht zu Recht. Befehl terminieren. Anders gelaufen als geplant. Ich atme noch und Sie haben Malaria. Ein Versuch war es schon wert. Scheiße, oder? Sie sind gefeuert. Sie hatten Ihre Chance, aber es ist vorbei. Und weil Männer wie Sie nur für Geld arbeiten, sind Sie nicht mehr mein Problem. Sie müssen sich eine neue Beschäftigung suchen. Ihre alten Kunden verstehen nicht, dass die mich nicht töten können. Verstehen Sie, was ich sagen will? Niemand tötet mich. Niemand. Ich entscheide, wer lebt und wer stirbt. Ich. Ich habe vor langer Zeit mal ein Buch gelesen. Ich denke immer noch jeden Tag daran. Es beschreibt, was die Menschen antreibt. Es hilft mir, das Leben da draußen zu verstehen. Ganz einfach. Jedes Wesen strebt danach, seine Kraft freizusetzen. Leben ist Streben nach Macht, sonst nichts. Bis dann. Leben ist Streben nach Macht. Oh, oh, oh! Ex-Folge! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Geht doch nicht! Leck den Tag ab! Schnell da! Liste dich! Geben. Fahre in der Junkie!